Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach und sie dauerte bis zur neunten Stunde. Der Vorhang im Tempel ist mitten entzwei. Vater, in deine Hände lege ich meinen, meinen Geist. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, sagte er, Gepriesen sei Gott. Das war wirklich ein gerechter Mensch. Die Hände lege ich meinen, meinen Geist.